Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Benjamin an. Dieser hat über Zabo geschrieben, welches er mit 4,7 Sterne bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Der ein oder andere mag sich nun fragen, was man überhaupt unter E-Wallet versteht. Ins Deutsch übersetzt bedeutet es so viel wie elektronische Geldbörse und wird häufig auch als Cyber-Wallet bezeichnet. E-Wallet ist ein moderner Begriff für etwas, was es schon länger gibt. Paypal ist wohl die bekannteste E-Wallet. Die Besonderheit an Zabo ist, dass man sein Guthaben dort nicht mit Geld auflädt, sondern hauptsächlich mit Bitcoins, wozu wir später noch kommen werden. Gegründet wurde Zabo im Jahr 2013, aber erst ein Jahr später wurde es für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Der Firmenhauptsitz liegt in der Schweiz, genauer gesagt Zürich, mit dem CIO Vincent Casares, der auch die Idee für dieses Unternehmen hatte. Als Casares seine ersten eigenen Bitcoins gekauft hat, fehlte ihm eine Möglichkeit diese aufzubewahren. So hatte er sich zunächst nur für den eigenen Gebrauch einer Börse für seinen Rechner erstellt. Schon kurze Zeit später haben ihn darauf Freunde und Bekannte angesprochen und es stand allmählich das Fundament für Zabo. Ziel von Zabo ist es, die Währung der Bitcoins zugänglicher und sicherer zu machen. Seit April 2014 gibt es auch einen Zabo Debitkarte, mit der man die Bitcoin Bezahlung im Alltag ermöglicht hat. Bitcoins könnten eventuell an einigen vorbeigezogen sein, da sie auch keinen wirklichen großen Auftritt in den Medien hatten. Soweit ich mich erinnere, sind sie nur kurzzeitig überhaupt auf dem Bildschirm erschienen. Bitcoin soll so viel heißen wie digitale Münze, ist ein weltweit anerkanntes Zahlungssystem und wird unter anderem auch als eine Kryptowährung oder Kryptogeld bezeichnet. Das Konzept für Bitcoins wurde 2008 von Satoshi Nakamoto veröffentlicht, der mit den Bitcoins eine verschlüsselte und sichere Währung etablieren wollte, da er der Meinung war, dass Banken ein zu hohes Ausmaß an Vertrauen benötigen, Privatsphäre, wie sich erstmal Geld eigentlich auf der Bank und ähnliche belangen. Das Zahlungssystem besteht im Kern aus einer Datenbank, die Blockchain genannt wird. Dort werden alle Transaktionen mit Bitcoins aufgezeichnet mit Hilfe eines Peer-to-Peer-Netzwerkes, welches alle Rechner miteinander verbindet über ein Programm. Voraussetzungen, um in diesem Zahlungssystem ein Glied zu sein, sind eine Internetverbindung und eine Bitcoin-e-Rollet wie Zapo. Bitcoins können erworben werden, indem man andere Zahlungsmittel gegen Bitcoins eintauscht oder man kann auch ein Mining-System aufsetzen und Bitcoins im weitesten Sinne selbst herstellen, welches aber eine Menge an technischen Voraussetzungen und Wissen erfordert. Der Wert eines Bitcoins kann sich stetig verändern, da er sich nach Angebot und Nachfrage richtet. Zur Zeit liegt er zwischen 510 bis 520 Euro pro Bitcoin. Das zeichnet Zapo besonders aus, die Geldbörse für Bitcoins. Mit der Geldbörse behält man den Überblick über seinen Bitcoin-Muthaben und kann es verwenden, um Transaktionen durchzuführen. Um mit Bitcoins zu bezahlen, muss man lediglich die Summe eingeben, sowie die E-Mail-Adresse oder Bitcoin-Adresse des Empfängers, welcher ein Freund oder auch ein Verkäufer sein könnte. Genauso behält man natürlich auch den Überblick über eingehende Zahlungen. Alle Informationen, die man braucht, sind mobil abrufbar über die Zapo-App. Die App gibt es im Apple-Store sowie im Google-Play-Store für Android-Geräte und ist kostenlos. In der App loggt man sich einfach in seinem Zapo-Account ein und schon sieht man alle Kontobewegungen. Von der App aus lassen sich auch Transaktionen starten und verweilen. Die Debitkarte vereinfacht das Bezahlen mit Bitcoins im alltäglichen Leben. Wenn man mit der Zapo-Debitkarte irgendwo bezahlt, wird der Betrag automatisch von der Wallet abgebucht. Falls nicht genügend Guthaben vorhanden ist, wird die Zahlung nicht durchgeführt. Die Zapo-Debitkarte kommt mit einigen Gebühren nachher, die aber im Standardbereich liegen. Eine einmalige Erstellungsgebühr liegt bei 18 Euro und jährlich kostet die Kartenführung nochmal 10 Euro, wobei das erste Jahr umsonst ist. Wenn man Zahlungen mit einer anderen Währung durchführen möchte, so fällt eine Gebühr von 3% des Betrags an. Das Abheben am Geldautomaten in der heimischen Währung kostet 2,25 Euro und in einer Fremdwährung 2,75 Euro. Akzeptiert wird diese Karte überall dort, wo ein Visa-Zeichen vorhanden ist, da die Karte eben in Zusammenarbeit mit Visa entstanden ist. Visa ist ein gängiger Anbieter und von daher sind zahlreiche Akzeptanzstelle in Deutschland vorhanden. Auch Online-Shopping sollte kein Problem sein mit der Zapo-Debitkarte. Um eine Zapo-Karte zu beantragen, muss man sich identifizieren und seinen Aufenthaltsort bestätigen, z.B. durch eine Rechnung, die nicht älter als 3 Monate sein darf. Wenn man seine Geldbörse aufbessern möchte, kann man direkt bei Zapo auch Bitcoins einkaufen. Man gibt an, wie viel Geld man in Bitcoins verwandeln möchte und kann diese dann per Banküberweisung bezahlen. Es fällt eine Gebühr über 1% des Betrags an. Die Kurse sind immer auf dem aktuellsten Stand. Wer sich nun fragt, wie sicher die Währung ist und vor allem die Aufbewahrung, der kann erst einmal beruhigt sein. Zapo hat einen Tresor, der auf mehreren Ebenen abgesichert ist, den Zapo-Walt. Die Bitcoins werden erst auf kryptografischer Ebene verschlüsselt mit unterschiedlichen Schichten, Schlüsseln und Autidentifizierungsprozessen. Die zweite Ebene ist physisch. Es gibt unterschiedliche Tresore, die auf verschiedenen Kontinenten unter der Erde vergraben sind. Das sind Offline-Server, die niemals eine Verbindung zum Internet herstellen werden. Darauf werden Schlüssel und Fraktionen der kryptografischen Verschlüsselung aufbewahrt. Die dritte Ebene ist der Schutz vor der Regierung und dem Rechtssystem. Selbst wenn ein Tresor gefunden wurde, sind immer noch zwei weitere versteckt. Zapo ist ein seriöses und gut strukturiertes Unternehmen, welches mit seinen Diensten gute Arbeit leistet. Die Apps sowie auch die Internetseite von Zapo sind leicht verständlich und enthalten alle nötigen Informationen. Ich kann mir vorstellen, dass sich dort eigentlich jeder schnell und einfach zurechtfinden wird. Angemeldet habe ich mich bei Zapo in erster Linie, um die Debitkarte zu nutzen. Nach der Beantragung und dem Identifikationsverfahren ist diese auch nach einigen Tagen bei mir eingetroffen. Ich selbst hatte noch einige Bitcoins über, die ich relativ zum Beginn des Internet-Hypes gekauft habe und wusste einige Zeit nicht genau, was ich damit machen sollte. Mit der Karte kann ich diese nun einfach normal als Zahlungsmittel verwenden, wie ich es sonst eben mit meiner EC-Karte mache. Die Gebühren finde ich sind absolut gerechtfertigt und auch nicht höher als viele Kreditkartenanbieter. Wer also noch auf der Suche nach einer Wallet für seine Bitcoins ist, kann sich bei Zapo auf jeden Fall umschauen. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von produkt-kenner.de. Vielen Dank. Vielen Dank.